Ja der hat noch nicht mal was getrieben. Mann ey. Nimm das. Nimm das. Wie nicht. Was ist mit ihm? Ist es auf. Heute ist Lutak. Hast du gerade gesagt. Ähm. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da gekriegt? Schlecht, schlecht, schlecht. Alles schlecht. Ist das Aquarium ab? Hm. Willi, wie soll das gehen? Wie lang? Achso, nimmt uns mit. Hä? Hä? Alter, die Dinger kommen hier hin. Ja. Tja. Tja. alles. Das ist wie ein Avenidator der Helios zurück erobert. In kurz zu erobern wir den Laser zurück und Reiten Pandora? Weil ich so toll bin. Ihr Teulen. Oh cool. Bei dem Wichser. Aha. ich baller gerade alles weg was mir gerade im weg kommt ich habe gerade richtig lust alles wegzuschnetzeln nur weg schnetzeln egal ob ich daran verrecke oder nicht ich würde einfach nur töten alles in brand stecken ich schaue weiter wobei da keine granate war ist klar ja dankeschön manche genau die falsche waffe ausgültige an dem ich aber die aber das hätte fest die köpfe eigentlich monstig selber schön ist wenn du einmal man fast verrecken bis dann wird eine fähigkeit auch ich weiß aber ja gut ich hatte korrosions auf einer der schlechtesten mit gegen normale spieler ja ich habe keine munition macht doch jetzt hier komisch woher kamen die damit einmal ich habe muni regt ein bisschen und ich habe meine waffe raten dafür untergestellt ich bin halt fürs team weißt du doch ich bin immer fürs team ich hab dir geholfen und ich bin tot gewesen alter was ist mit denen falsch alles sicher fröhliche weihnachten alter was ist mit euch denn los ich habe keine munition mehr dafür kann erstmal mit dem granatwerfer drauf losgegangen jetzt weiß auch warum die fische so aussehen warum die krone haben so eine marina tschüss ich hätte es mal runterspielen müssen wirklich war ich nicht na komm her dich krieg ich platt boah jetzt brenn ich auch noch voll ja nee ist klar für mich auch flash die könnte ich aber ruhig an kann ich euch schlagen ja nichts passieren ja schön es ist gar nicht jetzt aber nichts klar kannst du doch was für leider nicht noch 230 schuss alles deine schmerz muss aufladen was hab ich denn na klar die will ich mal auswachsen was habe ich denn noch pistole habe ich kein maschinengewehr da sind quatsch doch quatsch ne habe ich nicht schade einmal das fix nachladen da war da so ein kleiner pack so ein fisch durch die wand durch ok wenn da noch hallo ich muss auch noch die munition ding oder so klap trap war ich nicht vertreib genau df ok ich mache egal was ankommt Euer Amy klar Ach die scheiß auch noch kleine Dinger die blöde Kuh Blöde Kuh? Sack no move Biss Mundstein Mach auf blödsack So Fein Übelig jetzt In die Tasche stecken, weg war der ne? Ja Okay Ich brauch nen Laden Definitiv Nö brauchst du nicht Ach Nö Ja bewegt die mal noch schneller Ein paar OPA Aber rein Steck dir gleich mal ne Robohand hinten rein Hier Hier Habe ich im Bett das Punkt der Maximale Gesundheit Mann Oh nein Oh nein Überall Stalker überall Stalker die man alles Ja Ja Die scheiß dinge einfrieren dann gehen sie nicht gehen sie mir auf den Keks Ja mach mal Oh ich trink mal einen Schluck Geh ne lecke Fett Essdrang verdient Okay Na dann, here we go Ahh Max Vielen Dank.